Mein Name ist Klaus Albaer, ich bin 40 Jahre alt und darf hier im Miramonti Gasgeber sein. Unser Haus befindet sich auf 1230 Metern, ein Ganzjahresbetrieb und wir haben ungefähr 320-330 Tage geöffnet. Wir haben in den letzten sechs Jahren mehrere Erweiterungen und Erneuerungen gemacht und dafür haben wir natürlich auch einen schlagkräftigen Installateur gebraucht, einen Hydrauliker gebraucht, weil wenn man was im Hotelbusiness oder im Hotel umbauen muss, auch mal schnell gehen und deshalb braucht es eben eine schlagkräftige Firma, die genau was werden wir ohneheben und natürlich auch in kürzester Zeit muss er wieder fertig sein und deshalb glaube ich braucht es eine bestimmte Größe und auch eine Firma, die schon einige Hotelumbauten gemacht hat. In Thomas Morhegel kenne ich schon aus meiner Schulzeit, das heißt wir sind mal miteinander schul gegangen und die Schulbank miteinander gedrückt, aber logisch das war vielleicht ein klarer Vorbonus für die Firma, aber im Endeffekt haben wir eine Ausschreibung gemacht, schon bei unserem ersten Umbau, wo wir das Oros Haus gebaut haben, das war 2005, das ist praktisch unser Haus im Dunkelkalten da auf der linken Seite, wo wir neue Zimmer komplett neu gemacht haben und den ganzen Spa-Bereich. Das war eine große, große Leistung, weil wir in kürzester Zeit sehr viel verbaut haben und die Firmen nicht länger Arbeit gehabt haben wie eineinhalb Monate. Also es war schon eine große Herausforderung für alle Firmen und da war es schon so, dass sich die Firma Morhegel sehr, sehr gut bewiesen hat und auch jetzt im letzten Umbau 2018 war es für uns naheliegend eben, dass wir wieder Morhegel genommen haben. Aber ich möchte dazu sagen, wir haben allen wieder eine Ausschreibung gemacht, wir haben allen wieder einen Vergleich gehabt und sind nachher gemeinsam eben dahin gekommen, dass wir miteinander abgeschlossen haben und die Arbeiten sind sehr, sehr gut ausgeführt worden, sehr angenehm. Also auf jeden Fall kann ich die Firma Morhegel weiterempfehlen und ich wünsche der Firma Morhegel weiterhin viel Erfolg und mir das freien, wenn wir auch in Zukunft miteinander arbeiten können.